Hallo und herzlich willkommen zu So geht. In diesem Video sind wir bei Schüler Online. Mit diesem Portal könnt ihr euch ganz einfach und bequem online bei der weiterführenden Schule eurer Wahl bewerben. Einzige Voraussetzung ist hier, dass die Schule auch teilnimmt. Und in diesem Video wollen wir uns mal die persönlichen Daten anschauen, was man da eingeben kann und was man da sieht. Und das Video ist jetzt für Niedersachsen und für Minderjährige. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und gebt einen Daumen nach oben. Aber zum Video. Schüler Online. Lasst mich vorweg kurz klären, dass ich nicht zum Team der Entwickler gehöre. Aber ich weiß, dass die Entwickler der Plattform die Kommentare lesen und sich über jedes Feedback freuen. Wenn ihr also irgendwas habt, habt damit in die Kommentare. Ich nutze hier eine Demo-Version. Wundert euch also nicht, diesen Teil braucht ihr nicht. Ihr gebt einfach schuleanmeldung.de ein. Den Link findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Okay, nach eurem ersten Login landet ihr hier. Ein Video zum ersten Login, wie ihr an die Daten kommt und sowas habe ich schon gemacht. Packe ich oben rechts in die Information. Und dann werdet ihr aufgefordert, einmal eben zu euren Daten was zu sagen, zu einem persönlichen Daten. Und oben sind dann immer so Informationen, die ein bisschen was beschreiben. Wie zum Beispiel, dass dieser Datensatz oder dieses Konto von deiner Schule angelegt wurde und somit nicht alle Daten veränderbar sind. Ausnahme, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Gehen wir mal ein bisschen runter. Ihr seht also, hier Stade kann ich nicht ändern. Bei der Telefonnummer könnte ich es natürlich schon. Wenn ihr also was geändert haben wollt oder müsst, weil ihr umgezogen seid oder irgendwas nicht stimmt, dann wendet ihr euch bitte an eure Schule und die ändern das dann in ihrem System. Okay. Hier unten, E-Mail. Sehr, sehr wichtig. Ihr könnt euer Passwort nur zurücksetzen oder erhaltet auch nur Informationen, zum Beispiel zum Bewerbungsstatus, wenn ihr hier eine E-Mail angegeben habt. Dennoch habt ihr natürlich das Recht, keine anzugeben. Wenn ihr das möchtet, lasst ihr das hier frei. Klickt hier, ich möchte keine. Und mir ist bewusst, dass ich dann mein Passwort nicht zurücksetzen kann und dass ich Neuigkeiten zu meinem Konto oder dass ich darüber auch nicht informiert werde. Und dann geht ihr hier auf den nächsten Schritt. Ich würde euch das nicht empfehlen. Deshalb gehe ich mal wieder zurück. Immer ruhig eine E-Mail angeben. Und was ich jetzt ganz schön gemacht finde, also vielleicht, ja, Muster-Schüler. Add. Und ihr seid vielleicht bei web.de, habt euch auch vertippt. Und jetzt seid ihr bei sepp.de. Und ihr geht hier weiter, ne? Ihr seht das nicht. Dann sagt euch das System hier oben, dass es da was Ungefühliges gibt, und zwar hinter dem Add-Zeichen. Wir gehen das nochmal runter. Kontrollieren das nochmal. Hier gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ihr seid wirklich bei sepp.de. Das gibt es zufällig und das wird noch nicht erkannt. Dann müsst ihr hier unten, ich bestätige, dass die E-Mail korrekt ist. Hier ein Häkchen setzen. Bei mir war es natürlich ein Rechtschreibfehler. Ich nehme mal das weg und gehe zum nächsten Schritt. Jetzt geht es zu den Erziehungsberechtigten. Ihr seid ja noch nicht 18 Jahre alt, also mussten Erziehungsberechtigte hinterlegt werden. Und hier müsst ihr nur korrigieren, oh, hier ist ein kruppischer Nachname. Hier müsst ihr nur korrigieren, äh, kontrollieren, Entschuldigung, ob das alles hier so stimmt. Auch hier können die Daten nicht von euch geändert werden und müssen durch die Schule geändert werden. Hier ist jetzt die Mama, hier der Papa und da kontrolliert ihr das nur und wenn alles richtig ist, geht ihr zum nächsten Schritt. Und jetzt Migrationshintergrund. Wie gesagt, das Konto ist ja hinterlegt von der Schule. Das heißt, das, was hier steht, ist ja das, was ihr angegeben habt. Also in diesem Fall stimmt das alles. Also kein Migrationshintergrund. Und die Definition von Migrationshintergrund ist ja auch nochmal hinterlegt. Nicht, wenn ihr nach Deutschland eingewandert seid, ein Elternteil oder beide nach Deutschland eingewandert oder zugewandert seid. Oder wenn ihr Deutsch nicht als häusliche Umgangssprache habt, aber dann habt ihr Migrationshintergrund. Dann würde jetzt hier ja stehen. Und hier würden jetzt die Angaben stehen, die ihr gemacht habt. Die bitte dann auch nochmal kontrollieren, ob da alles richtig ist. Auch hier sollte es nicht richtig sein, dann kann die Schule das ändern. Aber mir war ja, nein. Nächster Schritt. Hier ist meine Schule in Allerstedt. Und ich bin in der CNA. Und ich bin im Hauptschulzweig. Das kann man hier auswählen. Wenn das nicht ist. Aber ich bleibe mal im Hauptschulzweig. Wenn es keine unterschiedlichen Zweige gibt, dann gibt es das hier auch nicht. Okay, weiter geht's. Was für einen Schulabschluss habe ich oder werde ich erreichen? Hier ist es ganz wichtig, dass ihr wirklich den auch vernünftig eingebt. Alle weiteren Informationen, die danach kommen, basieren da drauf. Okay. Stellt euch jetzt mal vor, ich bin ja in der CNA gewesen. Ich bin jetzt irgendwie, ich kriege mal den Hauptschulabschluss. Den habe ich aber noch gar nicht in der Tasche. Denn wenn ihr euch bewerbt auf die nächste Schulform, dann ist ja irgendwie, ihr seid am Ende des ersten Halbjahres oder am Anfang des zweiten Halbjahres. Ihr habt den ja noch nicht in der Tasche. Also gebt ihr hier den Schulabschluss ein, den ihr tatsächlich erwartet. Am Ende des Schuljahres. Und ich erwarte jetzt einfach mal, ich werde den Hauptschulabschluss bekommen. Solltet ihr in einer Schulform sein, wo es gar keinen neuen Abschluss gibt, gibt es ja auch, so einjährige Großfachschulen zum Beispiel, dann bitte einfach den, den ihr schon habt, da eingeben. Aber wie gesagt, ich sage es nochmal gerne. Wichtig ist, dass das hier der Richtige ist. Das System erkennt jetzt Hauptschulabschluss und stellt euch gleich nur Möglichkeiten vor, die ihr mit einem Hauptschulabschluss auch machen könnt. Wenn ihr hier was Falsches eingebt, kriegt ihr gleich auf der nächsten Seite falsche Wege vor oder aufgezeigt und das ist dann blöd. Also ich bin in der 10a und ich erwarte nach dem 10. Schuljahr den Hauptschulabschluss. So, ihr seht, Niedersachsen, deshalb auch ein Video speziell für Niedersachsen. Und mir stehen jetzt quasi diese beiden Wege zur Verfügung. Eine Anmeldung an der Berufsschule und hier Bewerbung. Aber ich werde zu allen einzelnen Möglichkeiten auch noch eigene Videos machen. Für dieses Video soll es schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.